FAZ-Essay Gegenwartereignisse gestalten Die DDR am Ende. Übersiedlungsprobleme, Siegheilgeschrei und so viele tote Flüchtlinge wie nie. Impressionen aus den letzten Monaten des SED-Staates von Dr. Jochen Staat. Am 5. Januar 1989 empfing Staats- und Parteichef Erich Honecker den Leiter der sowjetischen Delegation bei dem Wiener Folgetreffen der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE, Juri Kaschleff. Honecker versuchte, den sowjetischen Diplomaten davon abzubringen, in Wien eine Legalisierung von Nichtregierungsorganisationen wie den Helsinki-Gruppen zuzustimmen. Damit würden kontrerevolutionären Aktivitäten Tür und Tor geöffnet. Die Unterbindung solch, Zitat, staatsfeindliche Aktivitäten, wäre nur mit Repressivmaßnahmen zu erreichen, die wiederum bei der strafrechtlichen Verfolgung dieser Kräfte zu massiven DDR-feindlichen Kampagnen seitens der NATO und der BRD führen würden, Zitat Ende. Als Kaschleff das sowjetische Einverständnis mit dem Abschlussdokument bekräftigte und auf den Passagen über humanitäre Fragen beharrte, wies Honecker auf die, Zitat, unbefriedigende Entwicklung in Polen hin, sowie auf die Prozesse in Ungarn, die zunehmenden Auseinandersetzungen in der CSSR, die unruhige Situation in Estland, Litauen, Aserbaidschan, Armenien, Georgien. Im Vergleich dazu sei die DDR eine ruhige Insel. Stabilität in der DDR sei aufgrund ihrer Lage an der Trennlinie zwischen Sozialismus und Imperialismus außerordentlich wichtig für die gesamte sozialistische Welt, Zitat Ende. Deswegen würden in der DDR auch künftig keine Menschenrechtsgruppen zugelassen. Eine Woche nach dem Treffen mit Kaschleff erhielt Erich Honecker von dem DDR-Verteidigungsminister Heinz Kessler die alljährlichen statistischen Angaben über Republikfluchten und Fluchtversuche von DDR-Bürgern in den Westen. Es seien 93% von 2337 Fluchtversuchen vereitelt worden. Nur 173 Personen sei die Flucht über die DDR-Grenzen gelungen. In 19 Fällen hätten insgesamt 35 Personen versucht, die Grenze gewaltsam mit Fahrzeugen zu durchbrechen. An der Grenze zu Polen und der Tschechoslowakei seien 487 Personen mit Fluchtabsichten festgenommen worden. Kesslers Zahlen bildeten die Realität nur unvollständig ab. Statistiker des DDR-Staatssicherheitsdienstes erfassten vom Januar bis November 1988 insgesamt 3.966 verhinderte ungesetzliche Grenzübertritte, 1.325 davon an der innerdeutschen Grenze, 662 in Berlin, 196 an der Seegrenze und 1.710 im sozialistischen Ausland. Im selben Zeitraum glückten 6.061 Fluchtversuche, 303 über die Grenzen von sozialistischen Bruderstaaten der DDR und 5.454 durch Nichtrückkehr von genehmigten privaten und dienstlichen Reisen in westliche Staaten. In Wien stimmte die DDR-Delegation am 16. Januar 1989 dem KSZE-Dokument zu, das alle Teilnehmerstaaten verpflichtete, das Recht jedes Menschen auf Ausreise aus jedem Land, darunter auch seinem eigenen, und auf Rückkehr in sein Land uneingeschränkt zu achten. Erich Honecker prophezeite drei Tage später auf einer Sitzung des Thomas-Münzer-Komitees, die Mauer werde noch in 50 oder 100 Jahren bestehen, wenn die Gründe für ihre Errichtung nicht beseitigt seien. Das sei, Zitat, schon erforderlich, um unsere Republik vor Räubern zu schützen, ganz zu schweigen von denen, die gern bereit sind, Stabilität und Frieden in Europa zu stören. Zitat Ende. Am 5. Februar 1989 erschossen DDR-Grenzsoldaten den 20 Jahre alten Chris Gaffroy beim Versuch, von Ost nach West-Berlin zu flüchten. In den ersten vier Monaten des Jahres 1989 zählte das MFS 1048 verhinderte und 2213 gelungene Fluchten, dazu 3633 sogenannte Vorkommnisse mit diplomatischen Einrichtungen der BRD und anderen Staaten, sowie 880 Erpressungsversuche. Als Erpressungsversuche galten Botschaftsbesetzungen, Ankündigungen von Ausreiseantragstellern mit westlichen Hilfsorganisationen oder Medienkontakt aufzunehmen, dazu öffentliche Demonstrationen oder die Androhung von Suiziden bei weiterer Ablehnung der Übersiedlungsanträge. Im Frühjahr 1989 brachen dann nach der symbolischen Öffnung der ungarisch-österreichischen Grenze alle Dämme. Die wöchentlich aktualisierte Statistik des DDR-Staatsicherheitsdienstes verzeichnete vom 1. Januar bis zum 6. November 1989 insgesamt 202.895 DDR-Bürger, die das Land verlassen hatten. Nur 1.511 von ihnen kehrten wieder zurück. Über die ungarische Grenze flüchteten nach der MFS-Statistik 54.720 DDR-Bürger über die GSSR-Grenze 30.120 durch zwei Sonderzugaktionen kamen 15.497 Botschaftsflüchtlinge aus Prag via DDR in der Bundesrepublik. 11.009 DDR-Bürger kehrten nicht von Reisen in das westliche Ausland zurück. 143 flüchteten über die innerdeutsche und Berliner Grenze 204 ließen sich von Fluchthelfern außer Landes bringen und 455 Personen wussten die MFS-Statistiker nicht zu sagen, wie ihnen die Flucht in den Westen gelungen war. Außerdem erhielten 87.303 DDR-Bürger die von ihnen beantragten Ausreisegenehmigungen. Durch die Antragstelle auf Übersiedlung in die Bundesrepublik hatte sich das SED-Regime seit der Veröffentlichung des Abschlussdokumentes der KSZE-Konferenz in Helsinki im Jahr 1975 mit einer unaufhörlich anwachsenden Fundamentalopposition im eigenen Land konfrontiert gesehen, der auch das gigantische Staatssicherheitswesen schließlich nicht mehr Herr wurde. Die Ausreiseantragsteller beschäftigten die SED-Führung und ihren Sicherheitsapparat weit intensiver als die Oppositionsgruppen mit ihren rund 3000 Aktivisten. Dass im Jahr 1977 von der SED-Führung angeordnete Vorgehen gegen Antragsteller auf rechtswidrige Übersiedlung war mit zahlreichen Rechtsbeugungen verbunden. So heißt es in einer Orientierung für Staatsanwälte und Gewerkschaftsfunktionäre eine Beendigung bzw. Änderung des Arbeitsverhältnisses sei erforderlich, wenn Übersiedlungsersuchende Leitungstätigkeiten einschließlich der Meistertätigkeit ausübten, mit Dienstgeheimnissen zu tun hatten für die Sicherheit wichtiger Produktionsanlagen Verantwortung trugen oder im Erziehungswesen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zuständig seien. Es müsse gewährleistet werden, Zitat, dass die näheren Umstände der Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht schriftlich in die Hände des Betreffenden gelangen, Zitat Ende, weswegen nur eine mündliche Begründung erfolgen dürfe. Weiter hieß es, Zitat, In den nach dem Gesetz erforderlichen Begründungen der arbeitsrechtlichen Maßnahmen ist in keinem Falle die Tatsache der Übersiedlungsabsicht des Werktätigen als Grund für die Beendigung des Arbeitsrechtsverhältnisses zu nennen. Im April 1988 lag das Übersiedlungsproblem zum wiederholten Mal mit alarmierenden Zahlenangaben auf dem Sitzungstisch des SED-Politbüros. Sicherheitssekretär Egon Krenz berichtete über den gegenwärtigen Stand bei Übersiedlungsersuchen nach der BRD und Berlin-West. Im Jahre 1987 so Krenz sei eine Verschärfung der Situation eingetreten. Gegenwärtig liegen den staatlichen Organen Ersuchen auf Übersiedlung von rund 112.000 Bürgern vor. Erich Honecker unterstrich in der schriftlichen Vorlage von den rund 112.000 Bürgern sind 52.800 Facharbeiter und 11.500 Personen mit abgeschlossener Hoch- oder Fachschulbildung, darunter 1.142 Ärzte und Zahnärzte, 2.675 Angehörige des mittleren medizinischen Personals und rund 670 Lehrer. Nur 13% der Antragsteller waren über 40 Jahre alt. 1985 waren 20.147 Anträge genehmigt worden, 1986 nur 16.902 Anträge und im folgenden Jahr nur noch 10.420. Das SED-Politbüro musste zur Kenntnis nehmen, dass die Zahl der genehmigten Übersiedlungen und die Erweiterung von Reisemöglichkeiten nicht zur Reduzierung der Gesamtzahl der Übersiedlungsersuchen führten. Vielmehr sei festzustellen, dass sie Rückwirkungen auf andere Bürger haben und zu neuen Anträgen führen. In den Begründungen der Ausreiseanträge zeige sich, Zitat, dass die Mehrzahl illusionäre Vorstellungen über die Lebensverhältnisse in der BND und im Berlin-West hat, von der Menschenfeindlichkeit des imperialistischen Systems nicht überzeugt ist und mit der Übersiedlung bürgerliche Lebensideale verfolgt. Die gesellschaftlichen Verhältnisse in der DDR werden teilweise oder vollständig abgelehnt. Viele haben eine feindliche Einstellung zur DDR und lehnen Sozialismus prinzipiell ab, Zitat Ende. Es gäbe sogar Bestrebungen, Interessenorganisationen zu schaffen wie die Arbeitsgruppe für Staatsbürgerschaftsrecht. Das Auftreten der Übersiedlungsersuchenden sei häufig extrem aggressiv, höhnisch und arrogant. All das zeige die Wirkung der gegnerischen Propaganda, Übersiedlungsersuchende in Bestrebungen zur Schaffung einer inneren Opposition mit kontrarevolutionärer Zielstellung einzubeziehen. Es sei dahingestellt, ob die Haushaltshilfe Brunhilde K., 55 Jahre alt, mit kontrarevolutionärer Zielstellung agierte, als sie im August 1989 im brandenburgischen Friesack und umliegenden Ortschaften selbstgefertigte A3-Plakate anbrachte, auf denen zu lesen war, macht die Grenze auf, die Mauer muss weg. Die DDR gehört zu Deutschland. Freie Wahlen in der DDR. Briefe mit denselben Losungen verschickte Frau K. an den Ortsbürgermeister, an das Kreisgericht in Nauen und die Volkspolizei. Das Motiv der Protestaktion lag in einer abgelehnten Besuchsreise zu ihrem Bruder in Westdeutschland. Der Staatssicherheitsdienst jedenfalls ordnete das als Straftat ein und eröffnete ein Ermittlungsverfahren nach § 220 Staatsverleumdung gegen Brunhildekar. Zwei zum Studium delegierte MFS-Mitarbeiter legten im Mai 1989 in der Sektion Kriminalistik der Humboldt-Universität eine Diplomarbeit über das Übersiedlungsproblem unter Berücksichtigung möglicher Destabilisierungsversuche der inneren und äußeren Ordnung und Sicherheit der DDR vor. Die Offiziere kamen darin zu dem Ergebnis, dass die 1984 im Rahmen einer Sondermaßnahme genehmigte Ausreise einer größeren Zahl hartnäckiger bzw. der DDR feindlich gesinnter Ersucher nicht zu einer Minderung, sondern zu einer Erhöhung der Ausreiseanträge geführt habe. Da nahezu jede Übersiedlung zur Trennung von Familien führte, ergaben sich wiederum Folgeersuchen. Als nach Beendigung der Sondermaßnahme keine Übersiedlungen mehr realisiert werden sollten, sei es zu einer Vielzahl von Handlungen demonstrativer Art gekommen. Die Zahl der Übersiedlungsersuchen habe sich in Berlin 1984 gegenüber 1983 vervierfacht. Zitat Die Beherrschung der eingetretenen Situation war zu diesem Zeitpunkt mit den alten Mitteln und Methoden nicht mehr gegeben. Es mussten zusätzliche Kräfte eingesetzt werden. Zitat Ende Dennoch sei in mehr als der Hälfte der Berliner Stadtbezirke die Beherrschbarkeit des Prozesses nicht mehr gesichert. Als nicht mehr beherrschbar stellte sich 1989 überall in der DDR auch der Anstieg von Straftaten gegen die staatliche und öffentliche Ordnung heraus, die einen rechtsradikalen Hintergrund hatten. Die Tagesreporte des MfS und der Volkspolizei enthalten 1989 fortlaufend Meldungen über das Grölen faschistischer Parolen, über Trinksprüche auf Adolf Hitler, Judenrausrufe, Siegheilgeschrei, über Zwischenfälle zu Hitlers 100. Geburtstag am 20. April mitrufen, es lebe die NSDAP, Happy Birthday, lieber Adolf, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein und ähnlichem mehr. Zu derartigen Zwischenfällen kam es selbst in der Nationalen Volksarmee und den DDR-Grenztruppen. So meldeten MfS-Ermittler über den 21 Jahre alten Enrico M., der als Unteroffizier und Gruppenführer im Grenzregiment Halberstadt diente, er habe im März 1989 mit einer Schusswaffe auf ein Bild von Mitgliedern der SED-Führung gezielt und geäußert, man müsste die Säcke alle erschießen, die bringen sowieso nichts mehr. Weiterhin habe er SED-Mitglieder in seiner Kompanie als Rote Säcke bezeichnet, die erste Strophe des Deutschlandliedes gesungen, gegenüber anderen Grenzern den Hitlergruß gezeigt sowie sowjetische Soldaten der Nachbereinheit als Russen, Judenschweine und Kanacken tituliert, die man erschießen müsste. Der 19 Jahre alte Alexander W. wurde im Juli 1989 im Grenzausbildungsregiment Halberstadt unter dem Vorwurf festgenommen, er habe Hakenkreuze und zwei SS-Runen in der Unterkunft angebracht, gegenüber anderen Soldaten den Hitlergruß gezeigt und die sozialistische Presse als rote Lügenblätter bezeichnet. Über SED-Mitglieder soll er geäußert haben, diese roten Hunde gehörten an die Wand gestellt, er selbst wolle lieber zehnmal für Hitler kämpfen als für diesen Staat einstehen. Ein Maschinenpistolen-Schütze der Nationalen Volksarmee schädigte im August 1989 das Ansehen der Truppe, indem er im Uniform auf der Tanzfläche einer Gaststätte in Rudolstadt den Hitlergruß zeigte und gegenüber anwesenden Kameraden äußerte, dass 35.000 tote Juden in Buchenwald nicht ausreichen würden. Soldaten, die ihn zur Rede stellten, beschimpfte er als Kommunistenschweine. Im selben Monat wurde ein Ermittlungsverfahren ohne Haft gegen den Wehrdienstleistenden Gunther H., 25 Jahre, eingeleitet, weil er auf einer Zugfahrt in den Urlaub andere Soldaten seine Einheit als Judenschweine und Ratten, die man vergasen und ausrotten müsste, beschimpft hatte. Für sein Vergehen erhielt er nach dem Urlaub zehn Tage Arrest wegen Schädigung des Ansehens der NVA in der Öffentlichkeit. Am 9. Oktober wurde ein 21 Jahre alter Fähnrich der NVA in Erkner in Zivil festgenommen, weil er mit anderen jungen Leuten das Deutschlandlied gesungen hatte, ein Tor zum Grundstück des Bürgermeisters demoliert und diesen als Schwein beschimpft hatte. Außerdem hatte eine Gruppe eine Fahrzeugkolonne der Grenztruppen mehrfach gestoppt. Am 13. Oktober randalierte der Fahrlehrer für Panzer Hauptfeldwebel Mario L., 27 unter Alkoholeinfluss. Er beschimpfte den Politoffizier seiner im Kreis Weißwasser stationierten Einheit und rief Kommunistenschweine und Roteschweine müssten erschossen werden. Mario L. erhielt zehn Tage Arrest. Er war bis 1985 SED-Mitglied gewesen. Nach den ersten Massendemonstrationen in Plauen und Dresden berichteten die MFS-Kontrolleure aus der Truppe über zahlreiche Demonstrativhandlungen von Grenztruppensoldaten. Am 10. Oktober erklärte Major Peter W., Peter W., 36, Lehrkraft im Grenzausbildungsregiment Plauen seinen Austritt aus der SED, Zitat, weil er sich nicht mehr in der Lage sah, Antworten auf aktuelle Fragen zu finden, Zitat Ende, und das Vertrauen zur Parteiführung verloren habe. Am 18. Oktober stellten zwei Gefreite der Grenzkompanie Gando auf dem Rückweg vom Ausgang am Kriegerdenkmal in Gando sechs brennende Kerzen auf und legten einen weißen Plastikbeutel nieder, den sie mit der Losung »Neues Forum, Demokratie und Dialog jetzt« beschriftet hatten. Zitat, »Zwei in ihrer Begleitung befindliche Unteroffiziere identifizierten sich mit diesen Handlungen. Zitat Ende. Motivierend seien die von ihnen während des Urlaubs in Dresden und Leipzig erlebten Demonstrationen gewesen. Sie sagten aus, sie hätten die Bewohner von Gando zum Nachdenken anregen wollen. Sie wurden aus den grenzsichernden Einheiten abgezogen. Bis zum 9. Oktober 1989 erfolgten 444 Abversetzungen aus grenzsichernden Einheiten. Die Gründe für die hohe Zahl gehen aus den Tagesrapporten der NVA und des MFS hervor. Ein Leutnant wurde aus den Grenztruppen herausgenommen, weil seiner Mutter einen Ausreißantrag gestellt hatte und sein Bruder am 6. und 7. März 1989 an der Besetzung der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik in Ost-Berlin beteiligt gewinnen war. Der Soldat Mirko G. 24 wurde aus dem Grenzregiment Kalbe entfernt, da er schriftlich erklärte, nicht in der Lage zu sein, Grenzverletzer festzunehmen. Es sei seine persönliche Überzeugung, dass jeder Mensch dort leben soll, wo er wünsche. Niemand sollte ihn daran hindern. Die Versetzung mehrerer seit Mai 1989 zum Wehrdienst eingezogener Grenzsoldaten erfolgte, weil sie Absichten äußerten, Ausreiseanträge zu stellen. Am 25. Oktober 1989 erfolgten folgende fünf Abversetzungen. Unteroffizier Silo S., 21 Jahre, wurde zurückversetzt, weil er sich politisch negativ zur führenden Rolle der DDR äußerte. Weiterhin Unteroffizier Fred S., 18 Jahre alt, weil er bestrebt ist, seine Entlassung aus den Grenztruppen zu erreichen, den Grenzdienst mit Unlust versieht und zum Ausdruck brachte, er sehe im Dienst an der Staatsgrenze keinen Sinn. Die Herauslösung von Andreas M., 20 Jahre alt, aus dem Grenzdienst erfolgte, weil seine Schwester die DDR ungesetzlich verlassen hat und die Abversetzung von Steffen B., 19 Jahre, weil er politisch ungefestigt ist und sich während des Grenzdienstes disziplinlos verhält. Hauptmann Uwe T. wurde nach einem Parteiverfahren aus der Grenzeinheit Gera auf eigenen Wunsch entlassen. Er hatte gegenüber Kameraden die Meinung geäußert, dass in der DDR die freie Marktwirtschaft eingeführt werden müsse und die SED nicht in der Lage sei, die gesellschaftliche Entwicklung zu führen. Im Verlauf des Jahres 1989 stieg zudem die Zahl der fahrenden Flüchtigen drastisch an. Bis Anfang November registrierte das MFS 342 Fahnenfluchten von Soldaten und Offizieren sowie 82 Fahnenfluchten von Zivilbeschäftigten. Aus keinem Jahr seit dem Mauerbau 1961 liegen Angaben einer solchen Größenordnung vor. An nur einem Tag am 14. August 1989 kam es zu folgenden Fahnenfluchtereignissen. Ein 41 Jahre alter Korvettenkapitän der Seestreitkräfte teilte seine Nachbarn telefonisch mit, er befinde sich mit seiner Familie in Österreich. Seine Frau war ebenfalls bei der NVA angestellt als Sekretärin. Ein 19 Jahre alter Grenzsoldat ergriff bei Feilsdorf im Kreis Hildburghausen die Fahnenflucht. Ein 21 Jahre alter Unteroffizier der NVA nutzte eine Jugend-Touristikreise in Jugoslawien zur Fahnenflucht. Und ein 33 Jahre alter Major und Kompaniechef der in Potsdam stationierten Grenztruppen erschien in Zivilkleidung an der Grenzübergangstelle Bahnhof Friedrichstraße und verlangte unter Vorlage seines Dienstausweises die Ausreise nach West-Berlin. Nach seiner Festnahme erklärte er den Offiziersberuf nicht mehr ausüben zu können. Die Stimmungsbilder aus der Nationalen Volksarmee entsprachen weitgehend dem in der DDR Gesellschaft verbreiteten Unbehagen. Unter den Botschaftsbesetzern in Prag befanden sich ebenso Fahnenflüchtige wie unter den DDR-Bürgern, die über die ungarische Grenze nach Österreich entkamen. Viele Soldaten, die im Herbst 1989 aus dem Urlaub zurückkehrten, hegten Sympathie für die Montagsdemonstrationen oder hatten selbst an ihnen teilgenommen. In der Truppe kursierten Flugblätter des Neuen Forums und andere Oppositionsgruppen. Das MFS stellte ferne einen erhöhten Kirchgang von Soldaten fest. Zur Bilanz des Jahres 1989 gehört aber auch der Tod von mindestens 20 Flüchtlingen. Sie verloren ihr Leben, als sie sich wie Zehntausende ihrer Mitbürger 1989 auf den Weg machten, um über die Grenzen der sozialistischen Bruderstaaten in die Westen zu gelangen. Im April 1989 endete für den 21 Jahre alten Berliner Ralf-Peter Saurin der Grenzdurchbruch mit einem PKW-Skoda an der tschechisch-österreichischen Grenze tödlich. Im Mai 1989 kam ein Junge aus Berlin im Alter von 11 Jahren ums Leben, als ein Grenzdurchbruch seiner Familie mit einem PKW-Volga an der tschechisch-bayerischen Grenze scheiterte. Der 19 Jahre alte Michael Weber aus Leipzig wurde im Juli 1989 an der bulgarisch-griechischen Grenze erschossen. Ein Offiziersschüler der NVA, der wegen einer geplanten Fahnenflucht über die CSSR-Grenze inhaftiert war, erhängte sich im Juli in einer Arrestzelle im sächsischen Löbau. Der 36 Jahre Altgurtwender Schulz aus Weimar wurde bei einem Handgemengen mit einem ungarischen Grenzposten im August 1989 erschossen, als er sich bereits auf österreichischem Gebiet fand. Insgesamt 13 Männer und zwei Frauen ertranken im September und Oktober 1989 bei Fluchtversuchen in Grenzflüssen von Ostblockstaaten. Eine 22 Jahre alte Frau, die in die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Warschau flüchten wollte, verunglückte tödlich, als sie am 12. Oktober aus einem Zug der Deutschen Reichsbahn sprang, der auf der Strecke von Zittau nach Görlitz polnisches Gebiet durchfährt. Am 7. November erhielt Erich Mielke von seinem Stellvertreter Gerhard Neiber einen Vorschlag zur Modifizierung der Regelungen über ständige Ausreisen, der von Experten des MFS erarbeitet und mit Generalleutnant Lothar Arendt vom DDR-Innenministerium und Harry Ott vom DDR-Außenministerium abgestimmt worden war. Mielke stimmte dem Vorschlag zu. In der Anlage des Vorschlags für das überarbeitete Reisegesetz befand sich der Entwurf einer ADN-Presseerklärung über die Neuregelung der ständigen Ausreise aus der DDR mit folgendem Wortlaut. Wie die Pressestelle des MDI mitteilt, sind die zuständigen Abteilungen, Pass- und Meldewesen der VPKA angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergang Stellen der DDR zur BRD beziehungsweise zu Berlin West erfolgen. Als Günter Schabowski zwei Tage später auf der legendären Pressekonferenz in Ostberlin das Zauberwort unverzüglich aussprach, schlug die letzte Stunde des SED-Regimes. Mit der Öffnung der Mauer verlor es endgültig die Verfügungsgewalt über das Leben der Menschen in der DDR. Die Wiedervereinigungsrevolution war nicht mehr aufzuhalten. Sie hörten einen Essay von Dr. Jochen Staat. Er ist Projektleiter im Forschungsverbund SED-Staat an der Freien Universität Berlin. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Deckers. FAZ-Essay Gegenwart Ereignisse gestalten.